Und nun, dass wir unsere Kundschaft ernst nehmen, das zeigt sich durch die Raumgestaltung, der Kommunikationsräume, da haben sie Modul und Designs und so weiter und so fort, da hab ich zwar schon mal gesagt, nur die Spezialisten, die wir bei uns, da verstehen sie. Oh, oh. Oh! Die Eisbären sind Fleischfresser. Oh! 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 Oh!